47.4188,11 Der Aargau ist ein Kanton im Norden der Deutschschweiz und zählt zur Metropolregion Zürich. Der Hauptort und zugleich einwohnerstärkste Ort ist Arrau. Geografie Der Aargau liegt im Norden der Schweiz, im Mittelland und in den östlichen Ausläufern des Juras. Seinen Namen hat der Kanton vom Fluss Are. Er grenzt im Norden an den Rhein und damit an Baden-Württemberg, im Osten an den Kanton Zürich, im Süden an die Kantone Luzern und Zug, und im Westen an die Kantone Bern, Solothurn und Basel-Landschaft. Der Aargau weist eine starke naturräumliche Gliederung auf. Der nördliche Kanton Steil wurde durch die Gebirgsbildung des Juras geprägt, der im Mittelland gelegene südliche Teil durch die Gletscherbewegungen der Eiszeiten geformt. Die Risseiszeit, die vor rund 140.000 Jahren ihren Höhepunkt erreichte, bedeckte fast das gesamte Gebiet des heutigen Kantons, mit Ausnahme des westlichen Fricktals um Einfelden sowie einiger Jura-Gipfel, die aus dem Eismeer ragten. Während der Würmeiszeit war die Vergletscherung zwar weitaus geringer, doch sie prägte die Landschaft nachhaltig. Der Reus-Gletscher und der Lind-Gletscher, die vor rund 20.000 Jahren ihre größte Mächtigkeit erreicht hatten, hinterließen zahlreiche Findlinge, die aus dem Alpenraum in die Ebene verschoben wurden. Die einstige Ausdehnung dieser Gletscher ist heute noch gut erkennbar an den Entmoränen bei Kilwangen, Mellingen, Otmasingen, Seon, Staffelbach, Würrenlos und Zetzville. Die bei der Moräne von Seon zurückgelassenen Gesteinsmassen stauten den Halvilla-See, der am Ende der Eiszeit etwa doppelt so groß war wie heute und innerhalb von einigen tausend Jahren durch Auffüllung des ehemaligen Seebeckens mit Sedimenten auf die heutige Größe zurückschrumpfte. Die Flüsse lagerten in den Tälern im Vorfeld der Gletscher ausgedehnte Schotterfelder ab, die wichtige Grundwasserleiter darstellen. Der höchste Punkt des Kantons liegt auf dem Geißflugrad auf 908 Meter Ü. Ein besonderes Kennzeichen des Kantons Aargau ist die Vereinigung derjenigen großen Schweizer Flüsse, die über den Rhein in die Nordsee entwässern. Der Rhein bildet die Nordgrenze des Kantons und gleichzeitig die Staatsgrenze zu Deutschland. Bei Copelands fließt die Aare in den Rhein nur 12 Kilometer nach der Vereinigung der größten Flüsse des Schweizer Mittellandes im Wasserschloss. Kurz nacheinander münden im Gebensdorfer Ortsteil Vogelsang Reus und Limit in die Aare. Die Limat kommt dabei von Südosten her und bringt das Wasser von Reppisch und vom Egelzeh mit, die Reus kommt von Süden. Die Aare, die zwischen Murgental und Aargurg die Kantonsgrenze zum Kanton Solothurn bildet, nimmt die Wiga, die Sure und die Bünz auf, bevor sie kurz hinter Bruck das Wasserschloss erreicht. Im Einzelnen präsentiert sich das Gewässersystem des Aargau folgendermaßen. Rheinses-Litzeyerbach, Hegelbach, Bevölkerung, der Kanton zählte am 31. Dezember 2014 645.300 Einwohner, Sprachen und Arten. Die deutschen Dialekte im Kanton Aargau gehören zum Hochhalemannischen. Aufgrund der zentralen Lage des Kantons und bedingt durch die jahrhundertelange politische und wirtschaftliche Orientierung nach verschiedenen Zentren sowie das Fehlen eines starken Zentrums gehört der Aargau-Dialekt all verschiedenen Gruppen des Schweizer Deutschen an. Der Nordwesten gehört zum Nordwestschweizer Deutschen. Kombination D-A-A-G-D-G-Tag-Tief-Tief-Tief-Baum-G-I-S-B-A-E-M-G-A-E-S-Baum-Geiß-Rugge-R-K-E-Rücken-H-H-T-H-T-H-H-T-H-H-T-H-T-H-T-H-T-E. Kombination D-A-G-T-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H TAKTÜF TOF TIEF HET 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 HETE Anders als dieses jedoch wie im Nordosten Baum. GSB AEMG AES Baum Geißbrugge RKE Rücken Zwischen Ost- und Westhalbiert ist der Kanton mit Bezug auf die Pluralendung des Verbs. Die Westhälfte kennt den zweiförmigen Plural etwa des Berndeutschen und des Solotoner Dialekts. Die Osthälfte den einförmigen Plural etwa des Zürichdeutschen und Luzerndeutschen. Im Sörbtal, wo in Endingen und Lengnau jahrhundertelang eine bedeutende jüdische Bevölkerung lebte, die im 19. und 20. Jahrhundert größtenteils in den Kanton Zürich auswanderte, wurde bis ins 20. Jahrhundert ein westjüdischer Dialekt gesprochen. Muttersprachen nach Anzahl Sprecher im Einzelnen waren die Sprachverhältnisse am 5. Dezember 2000 die folgenden. Deutsch, 477.093 Italienisch, 17.847 Serbo-Kroatisch, 10.645 Albanisch, 9.823 Französisch, 4.151 Rhetoromanisch, 618 Andere, 27.316 Nationalitäten, Religionen, Konfessionen Da der Kanton Aargau erst im Jahre 1803 aus verschiedenen älteren Territorien geschaffen worden ist, gehört er zu den paritätischen Kantonen. Traditionell reformiert ist der ehemalige Berner Aargau mit den heutigen Bezirken Aarau, Ruck, Kulm, Lenzburg und Sofingen. Traditionell römisch-katholisch sind die ehemaligen gemeinen Herrschaften mit den heutigen Bezirken Baden, Bremgarten, Murie und Sotzach, wobei es in Baden und Sotzach traditionell eine reformierte und eine jüdische Minderheit gibt. So wie das bis 1802 österreichische Friktal mit den heutigen Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. Im letztgenannten Bezirk ist auch die christkatholische Kirche vertreten. In den letzten Jahrzehnten haben sich die einst starren Konfessionsgrenzen stark verwischt. Durch Zuwanderung ausländischer Bevölkerungsgruppen haben im Kanton Aargau inzwischen auch andere Religionen Einzug gehalten. Im Einzelnen waren am 5. Dezember 2000 die Verhältnisse die folgenden. Römisch-katholisch, 219.800, evangelisch reformiert, 203.949, muslimisch, 30.072, christlich-orthodox, 11.523, christkatholisch, 3.418, jüdisch, 342, andere, 4.941, konfessionslos, 57.573, keine Angabe, 15.875, Verfassung, die gegenwärtige Kantonsverfassung datiert von 1980. Legislative gesetzgebende Behörde ist der große Rat, dem 140 vom Volk für eine feste Amtsdauer von vier Jahren im Proporzverfahren gewählte Mitglieder angehören. Seit 2005 verteilen sich die Mandate wie folgt auf die Bezirke. 2009 wurde auch im Aargau erstmals das Wahlverfahren des doppeltproportionalen Zuteilungsverfahrens verwendet, wovon erwartungsgemäß die kleineren Parteien profitieren konnten. Darüber hinaus ist das Volk direkt an der Gesetzgebung beteiligt. Verfassungsänderungen sowie Gesetze, die vom großen Rat nicht mit absoluter Mehrheit angenommen worden sind, unterliegen zwingend der Volksabstimmung. Andere Gesetze sind auf Antrag von 3000 Stimmberechtigten der Volksabstimmung zu unterwerfen. 3000 Stimmberechtigte können zudem eine Verfassungs- oder Gesetzesänderung oder ein Gesetz überhaupt vorschlagen. Bei den Wahlen zum Großen Rat erhielten die Parteien folgende Sitzzahlen. Einst die Anzahl der Sitze wurde 2005 von 200 auf 140 verkleinert. Zwei Urs Leuenberger wechselte während der Legislatur von der SVP zur CVP, Peter Schumacher von der FDP zur GLP. Drei der LDU hat sich 1999 aufgelöst. Vier Roland Augustoni und Christine Haller wechselten während der Legislatur von der SP zur GLP. Der Kanton Aargau gilt heute als konservativster der größeren Kantone, was außer am Verhalten bei eidgenössischen Volksabstimmungen auch an der sehr starken Vertretung der SVP und der verhältnismäßig schwachen Präsenz der Sozialdemokraten deutlich wird. Exekutive die leitende und oberste vollziehende Behörde des Kantons Aargau ist der Regierungsrat, dem fünf vom Volk im Majorsverfahren auf eine feste Amtsdauer von vier Jahren gewählte Mitglieder angehören. Der Landermann hat als Primus Interpares den Vorsitz im Regierungsrat inne und wird vom Großen Rat für jeweils ein Jahr aus den Mitgliedern des Regierungsrates gewählt. Nach den gleichen Bestimmungen wird auch sein Stellvertreter, der Landstadthalter, bestimmt. Das Amt des Staatsschreibers hat Peter Grünenfelder inne und steht somit der Staatskanzlei Aargau vor. Wahlen 2012 am 21. Oktober 2012 fanden die Neuwahlen in den Regierungsrat statt erstmals zeitgleich mit der Großratswahl. Alle fünf Sitze konnten in diesem ersten Wahlgang bereits besetzt werden. Wieder gewählt wurden hierbei von den bisherigen Roland Pugli, Urs Hofmann, Alex Hörzeleer und Susanne Hochuli. Neu gewählt und damit für seine Partei ist Stefan Attiger, der sein Amt am 1. April 2013 antrat. Oberstes kantonales Gericht ist das Obergericht mit Sitz in Aarau. Erst instanzliche Gerichte mit regionaler Reichweite sind die Bezirks- und Jugendgerichte. Kommunale Reichweite haben die Friedensrichter, die hauptsächlich vermittelnde Funktion haben. Daneben bestehen Spezialgerichte. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird im Wesentlichen durch das Verwaltungs- und das Versicherungsgericht ausgeübt. Das Parteiensystem des Kantons deckt sich mit dem Schweizerischen. Die kantonalen Sektionen der vier Bundesregierung-Parteien SPCVP, FWDP und SVP haben das Zepter in der Hand. Die bürgerlichen Mitte-Parteien sind tendenziell rechter als ihre schweizerischen Mutter-Parteien. Wirtschaft Die Aargauer Wirtschaft insgesamt zeichnet sich durch einen ausgewogenen Branchenmix aus und profitiert in schwierigeren Zeiten vom großen Anteil kleiner und mittelgroßer Unternehmungen, die langsam aber stetig wachsen. Der Aargau ist der größte Industriekanton der Schweiz. 34% der Beschäftigten arbeiten in der Industrie. Insgesamt bietet der Kanton 250.000 Personen Arbeit in 30.500 Betrieben. Der Aargauer verdient durchschnittlich 49.209 Franken im Jahr. Somit liegt der Kanton Aargau in der Rangliste der reichsten Kantone im Mittelfeld auf Platz 13. Diese Wachstumsbranchen sind im Aargau prominent vertreten. Chemische Industrie, Elektronik und Präzisionsinstrumente, Kunststoff- und Materialtechnologie, Maschinen- und Elektroindustrie, Pharma-, Bio- und Medizinaltechnologie. Die Aargauer Industrie ist stark auslandorientiert. Rund 25% der Exporte gehen an Deutschland. Mit 7 respektive 5% gehören die Vereinigten Staaten und Großbritannien zu den weiteren Abnehmern. Führende Exportbranchen sind die Maschinenindustrie, Elektroindustrie sowie Life's Einses. Bekannte Firmen im Aargau sind zum Beispiel La BB, Novartis, Alstom, Roche, Johnson & Johnson, Rockwell Automation und Franke. Siehe auch, entgegen dem Bild eines Industrie-Autobahn- und Kernkraftwerk-Kantons gibt es auch einige touristische Sehenswürdigkeiten. Zahlreiche Burgen und Schlösser können besichtigt werden, wie zum Beispiel Schloss Lenzburg, Schloss Halville, Schloss Wilteck oder die Habsburg. Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Kloster Muri. Ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ist der Halvillersee. Es gibt mehrere Badeplätze, Feuerstellen am See sowie Spazier- und Wanderwege. Während der Sommersaison gibt es einen Schifffahrtsbetrieb. Es besteht im ganzen Kanton ein großes Angebot an gut beschilderten Wander- und Fahrradwegen. Im Bielfeld und in Butville existieren zwei Regionalflugplätze. Im Kanton gibt es zahlreiche Thermalquellen, die in Bad Zotzach, Einfelden AG und Schins nach Bad für öffentliche Thermalbäder genutzt werden. Das neue Thermalbad in Baden ist ein Projekt, welches zur Wiederbelebung der Bäderstadt beitragen wird. Bildung Die obligatorische Schulzeit beträgt elf Jahre und beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten im Alter von rund fünf Jahren. Der Besuch eines Kindergartens ist seit dem Schuljahr 2013-2014. obligatorisch. Beim Eintritt kommt ein Schüler entweder in die reguläre erste Klasse oder in die Einführungsklasse, welche zwei Jahre dauert. Die Primarschule dauert in der Regel sechs Jahre. Manchmal wird auch zwischen Unterstufe und Mittelstufe unterschieden. Danach erfolgt der Übertritt in die Oberstufe. Diese dauert normalerweise drei Jahre und vollendet die Schulpflicht, wobei die Chancen auf eine anschließende Berufsausbildung für Sekundar- und Bezirksschüler wegen der höheren Leistungsstufe in der Regel besser sind, als für Realschüler. Wechsel innerhalb zwei dieser drei Stufen erfolgen über Aufnahmeprüfungen oder außerordentlich gute schulische Leistungen bzw. freiwillige Relegation oder Zwangsrelegation. Zu einer anschließenden Berufslehre gehört immer auch der Besuch einer Berufsfachschule. Nur von der Bezirksschule aus ist der Übertritt an die kantonalen Maturitätsschulen, die Kantonsschulen, möglich. Dazu muss die Bezirksschulabschlussprüfung mit einer Mindestnote von 4,7 bestanden werden. Die praktischen Prüfungsfächer sind Deutsch, Französisch sowie Mathematik. Aus dem Jahreszeugnis kommen Englisch, Geschichte, Biologie, Chemie, Musik und Zeichnen sowie wahlweise Latein hinzu. Mit einer Mindestnote von 4,4 ist man zum Übertritt an die Diplom-Mittelschule oder an eine Berufsmaturitätsschule berechtigt. Die letztgenannte findet berufsbegleitend statt. An der Kantonsschule, die rund vier Jahre dauert, kann ein eidgenössisch anerkannter Maturitätsausweis erlangt werden. Neben obligatorischen Grundlagenfächern können die Schüler ihr Akzentfach, ihr Schwerpunktfach, ihr Ergänzungsfach sowie verschiedene Freifächer selbst wählen. Der Kanton Aargau verfügt über keine Universität. Die Fachhochschulen aber ermöglichen Absolventen der Berufsmaturitätsschulen verschiedene Studienrichtungen. Der Aargau gehört neu zur Fachhochschuleregion Nordwestschweiz. Für Erwachsene gibt es eine Erwachsenen-Maturitätsschule. Für die Volksbildung sorgen Kurse der Volkshochschule sowie verschiedene Bibliotheken in Gemeinden und die Kantonsbibliothek in Aarau. Es existieren auch diverse spezielle Schulen wie beispielsweise die heilpädagogischen Sonderschulen. Geschichte Hauptartikel Das Gebiet des heutigen Kantons Aargau wurde bereits im 5. Jahrhundert von den Alemannen besiedelt. Im 6. Jahrhundert gehörte es zum Frankenreich. Der Name Aargau wurde 763 zum ersten Mal erwähnt. Im 14. Jahrhundert fiel der Oberargau an Bern. Der Unterargau Das Gebiet des heutigen Kantons Aargau gehörte im Mittelalter nacheinander den Grafen von Lenzburg, den Grafen von Kühlburg und den Grafen von Habsburg. Er wurde 1415 von den Eidgenossen erobert. Politischer Hintergrund waren die Spannungen zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich IV. von Österreich, welche zum Bann des Letztern führten und aufgrund dessen ersterer die umgebenden Mächte aufforderte, des Herzogs Lendereien, zu denen auch der Aargau gehörte, zu besetzen. Der im Westen gelegene Unterargau wurde alleiniges Untertanengebiet von Bern. Im Osten entstanden das von Zürich allein verwaltete Kelleramt sowie die Freien Ämter und die Grafschaft Baden, welche gemeine Herrschaften der Eidgenossenschaft waren. 1798 wurde der Aargau von den Franzosen erobert. Aarau war sogar während eines halben Jahres die Hauptstadt der Helvetischen Republik. Es entstanden drei Kantone, Kanton Aargau, Kanton Baden, Kanton Fricktal. Der heutige Kanton wurde 1803 durch die Mediationsakte von Napoleon Bonaparte aus den drei Kantonen Aargau, Baden und Fricktal gebildet. Teile des zürcherischen Untertanengebiets im Limmertal blieben hingegen bei Zürich das Amt Hitzkirch bei Luzern. Dafür wurden das bernische Amt Aarburg und das luzernische Amt Meerenschwand im neuen Kanton angefügt. Diese verschiedenen Gebiete unterscheiden sich auch heute noch in Wirtschaftsstruktur, Konfession und politischer Ausrichtung stark. Mit der Restauration 1815 blieb der junge Kanton erhalten, erhielt aber unter dem dominierenden Einfluss von Amtsbürgermeister Johann Herzog zunehmend aristokratische Züge. Der Freiämtersturm Einzug der katholischen Opposition in die Hauptstadt Aarau, beendete im Dezember 1830 diese Phase und ermöglichte die Schaffung einer Verfassung mit erweiterten Volksrechten. Nach 1831 gehörte der Kanton Aargau zu den liberalen Kantonen, viele demokratische Flüchtlinge aus Deutschland fanden hier Aufnahme. Der Aargauer Klosterstreit 1841-43, als der Kanton zuerst alle Klöster aufhob, dann aber die Frauenklöster wiederzuließ, war eine der Ursachen für den Sonderbundskrieg von 1847, der in die Errichtung des modernen schweizerischen Bundesstaates mündete. Verwaltungsgliederung Der Kanton Aargau ist von Kleinstädten geprägt. Die Zwillingsstädte Wertingen und Baden bilden einen wichtigen Schwerpunkt. Hauptartikel Nachfolgend aufgelistet sind politische Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern per 31. Dezember 2015 Im Aargau befinden sich viele historisch bedeutsame Orte. Baden, bereits in der Römerzeit ein Badeort, war in der alten Eidgenossenschaft Tagsatzungsort. Der Tagsatzungssaal im Stadthaus ist bis heute erhalten. Brug war eine Zeit lang Hauptsitz der Habsburger, deren Stammsitz die Habsburg sich südwestlich von Brug befindet. Brugs Nachbarort Windisch war als Windonissa römisches Zentrum. Bei Windisch wurde 1308 der römisch-deutsche König Albrecht I. ermordet. Das Kloster Königsfelden wurde im Gedenken daran erbaut. R. Einfelden ist die älteste Stadt des Kantons und war oft Schauplatz historischer Ereignisse. Thalheim AG typisches Juradorf mit der größten Burganlage im Kanton der Ruine Schenkenberg, ehemaliger Hauptort des Amts Schenkenberg. Zurzach als frühmittelalterlicher Wallfahrtsort und bis in die Neuzeit über regional bedeutender Messeort. Weitere Städte mit altem Stadtrecht. Aarau, Aarburg, Bremgarten, Kaiserstuhl, Klingnau, Laufenburg, Lenzburg, Mellingen, Suffingen. Bezirke der Kanton Aargau ist in elf Bezirke unterteilt. Aarau mit Hauptort Aarau, Baden mit Hauptort Baden, Bremgarten mit Hauptort Bremgarten, Brug mit Hauptort Brug, Kulm mit Hauptort Unterkulm, Laufenburg mit Hauptort Laufenburg, Lenzburg mit Hauptort Lenzburg, Muri mit Hauptort Muri, Einfelden mit Hauptort Rheinfelden, Suffingen mit Hauptort Suffingen, Zurzach mit Hauptort Bad Zurzach. Siehe auch, Portal, Aargau-Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Aargau-Bezirke des Kantons Aargau und weiterer Kantone. Liste Aargauer Persönlichkeiten Notabene, das Gebiet Aargau liegt am Mittelrhein in Deutschland. Anhalt.